Hallo Facebook, hallo YouTube. Mein Name ist Freddy Fuchur und ich habe keine Ahnung, wo ich bin und springe hier einfach runter. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das war doch ganz nett. Nee, aber das machen wir nicht. Wir gehen nochmal zurück. Scheiße. So läuft das. Willkommen bei Fallout 4. Und wir sind hier auf dem Luftschiff der Brotherhood of Steel. Weil die haben richtig Stil. Ja, gute. Muss mich mal hier richtig hinhocken. Und ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich glaube, die letzte Aufnahme war am 24. April. Das ist natürlich schon ein Weitschen her, aber meine Rüstung ist ein bisschen kaputt. Das muss natürlich wieder in Ordnung gebracht werden. Und den mag ich nicht. Ausgezeichnete Arbeit, der Fort Strong-Soldat. Ich weiß. Fort Strong, nach wen sarkastisch ist, war nicht das Institut für die Bruderschaft. Schade nur, dass es nicht das Institut war. Keine Sorge, Ritter. Sie werden früher, als Sie denken, damit zu tun bekommen. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Verti-Bird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Verti-Bird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Das klingt geil. Mehr Granaten. Woher bekomme ich weitere Signalgranaten? Sie sollten sparsam mit Ihrem Vorrat umgehen. Nein. Diese Dinge sind weitaus komplexer als normale Rauchgranaten. Wenn Sie zusätzliche Granaten benötigen, wenden Sie sich an Proctor Tigen. Okay. Mir im Kampf helfen könnte Kronkorken gebrauchen kommen. Die beste Waffe fürs Überleben hier draußen ist ein Haufen Kronkorken. Signalgranaten sind normalerweise Paladin-Vorbehalten. Sie sollten dankbar sein, dass ich in Ihrem Fall eine Ausnahme mache. Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealths. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut. Und um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten das Commonwealth sorgfältig absuchen lassen. Aber sie konnten nichts finden. Tja, das werden wir. Wir werden es finden. Ich meine, die ganze Bruderschaft nichts gegen uns. Die wirklich alles entdecken. Das Institut sollte ja kein Problem sein. Und das machen wir dann einfach dem Erdboden gleich, weil wir mögen keine Sünden. Wir mögen alle nicht. Wir mögen eigentlich nur unsere Freunde von den Minutemen, weil die helfen dem kleinen Mann. Oder vielleicht auch nicht. Wenn du dir keine Kugel einfangen willst, solltest du einem Gunner nie den Rücken zudrehen. Ich. Dieses Gestell macht mich wahnsinnig. Ach was. Halt einfach die Fresse. Angeblich hat sich ältester Maxen die Narbe in seinem Gesicht bei einem Zweikampf gegen eine Todeskralle geholt. So. So, erstmal hier raus. Ey, komm. So. So, herstellen. Nützlich, oder? Ja, und äh, nein. So. Ich kann nichts reparieren. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Weil ich nichts habe, oder was? Ich hätte gerne andere, die Winterlackierung hätte ich so gerne. Ach, aber ich habe nichts. Ich muss unbedingt Lackierung etc. pp finden. Das ist das Problem. Ach, liebe Leute, alles nicht so einfach mit dem hier. Wenigstens sehe ich gut aus. Ich dachte hier, die Zippe, die kann mir irgendwie helfen. Schrauben ziehe ab. Eine nehme ich noch. So. Ah, leck mich doch ab. Ja, komm, dann lassen wir es. Schön, dass wir im selben Team sind. Ich glaube, wir können viel voneinander lernen. Ich habe diese Blechbüchse nie gemacht. Klar, die Prithwin ist ein gutes Schiff. Aber ich bin lieber im Einsatz. Ach, halt die Fresse. Wie sehr stolz ich doch alle hasse eigentlich. Wo ist denn unsere Freundin? Da wollte ich jetzt eigentlich hin. Aber egal. Lasst uns mal auf unsere Daten schauen. So, was haben wir denn an Aufgaben? Wiedersehen, macht Freunde. Sean befindet sich in den Händen des Instituts. Ich muss dieses Institut finden, um meinen Sohn zu retten. Ja, dafür werde ich Hilfe brauchen. Ich sollte Nick, weil... Ja, Nick, okay. Okay, sicheres Sunshine. Machen wir das mal. Das wird schwierig. Aber wir haben noch jetzt eine super Rüstung. Wir machen mal hier so ein paar Sachen. Quartiermeister ist klar. Aus dem Feuer, das wird auch noch kritisch. Das ist auch noch also. Unterschlupfen wir erst. Dann machen wir erst mal. Mal wieder so ein paar Dinge abhaken. Ja. Der guckt mich so böse an. Ich hasse es ja nicht, Leute böse angucken. Ist da wieder was drin? Nein. Ihr werdet alles. Weil da nichts drin ist. Aber das hast du doch vorhin schon geholt. Nein, habe ich nicht. Nach Dienstschloss hole ich mir ein dickes Salisbury-State. Ach, nichts holst du dir. Nichts holst du dir, außer mal ein paar ordentlich was in die Fresse. So. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass das falsch war, was ich hier gemacht habe. Aber egal. So. So, da lang. Wenn es tot aussieht, solltest du ihm zur Sicherheit noch eine Kugel in den Kopf verpassen. Warum ein Risiko eingehen? Hast du nicht unbedingt Unrecht. Wir haben heute jede Menge zu tun. Steh uns nicht im Weg rum. Ja. Ich habe dich auch lieb. Mein Freund. So, lass mal auf die Kadde schauen. Da. Okay. Gehen wir mal stattliches Vorratslager. Über die Kirsche, die da anscheinend ist, gehen wir dann da hoch. Machen wir das auch so. Und da sind wir denn auch schon. So. Ich muss mal gerade orientieren. Okay. Dahin, oder? Ja. Das wird sicher lustig. Und tschüss. Aua. Komm, gib ihm. Und zack. Das ist besser gelaufen als erwartet. Das stimmt allerdings, Piper. Da hast du nicht unbedingt Unrecht. Guck mal, diese Torsi sind alles. Das kannst du doch bestimmt kaputt machen. Aber ich bin jetzt wahrscheinlich wieder über, oder? Nö. Aua. Hey, sie sind hier. Wenn das sein muss. Komm her. Shit. Das war dumm. Wie immer. Kettmeier. Sorry, Mentor. Naja, der Fat Man. Fuch aus Faust. Fuch aus Pein. Alles nimmer. Naja. Putz. So. Mit dieser schönen Einhänderkanone. Oh, ich komme. Hallo, mein Freund. Wie geht das hier? Du bist tot. Das ist gebrochen. Ich büße gar nichts. Was seid ihr denn? Da ist der eine. Ups. Wo ist der andere? Ah, da oben. Du hast meine Rüstung kaputt gemacht. Das macht mich sehr wütend. Dafür kriegst du eins auf die Mütze. So. Jetzt. Aua. 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 So. Tot. Nette Mütze hat er auch. Muss man mal lassen, ja? Schrotpatrouillen. Das klingt sehr gut. Das ist Piper. Wo sind denn die anderen? Ich sehe nichts. Einmal. So. Geht er. Guck doch mal da. Juhu. Geh mal hin. Ich entdecke angeblich nicht so viele. So. Gute. Machen wir mal. So. Ups. Huch. Ach. Entschuldigung. Ich werde so nicht erwartet. noch durchhalten. So. Ich. Schon. Ich bringe einen nicht. Wo sind sie dann, Piper? Warte. Ich hab meinen Penis in der Fresse. Was? Gute. Guck mal. Super. So. Schönes. Schönes, funkelndes Auto. War's das? Sieht fast so aus, gell? Na geht's nicht. Oh doch. Hey, es geht. Ja. Kinder, schaut weg. Ja, ist das wahrscheinlich. Stattliches Vorrats. Lager. Staatliches, stattliches. Ach Gott. Herrgott. So. Ja, es geht. Jetzt geht ich da schon wieder wo ganz anders lang, aber egal. Da waren wir doch schon. Hey. Also, das sind wahrscheinlich alle mal gleich, deswegen. Ich bin nicht allein, Blue. Es gibt Ärger. Aber jetzt bin ich wütend. Komm. Das stimmt. Wenn du wehst, kann ich etwas für dich tragen. Ach du. Das machen wir mal später. Wie immer. Dann, wenn ich nicht, wenn nichts mehr geht. Brauche ich das Passwort. Scheiße. Oh. Guck mal da. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Quantum Cola geht immer. Merkt euch das? Quantum Cola geht immer. Oh. Grundsorgen. Sehr schön. Sehr schön. Den Rest wollen wir nicht. Äh. Hey. Das hat mich jetzt doch überrascht. Zack. So. Aber keine Sorge. Braucht keine Angst, um mich zu haben. Das Problem ist schnell erledigt, wie ihr merkt. Auch da brauchen wir ein Passwort, dass sie nicht kommen. Ey. Ja. Seiner. Nicht deiner. Oh. So. Hättest wohl gedacht, ich will ja seh das. Hättest du das? Sehr gut. Entschuldigung. So. Geht doch. Geschafft. So. Ja. Das war mal. Piper hat das gefallen. Natürlich hat ihr das gefallen. Hast dich verpisst? Was? Was? Ich seh dich. Wow. Da bist du ja. Geht doch. Geil. Nein, nein, nein. Guck mal, ich schieße doch da wunderbar durch. Du blöde Sau. Komm. Geht doch. Ich hab mir jetzt nicht viel gebracht. Außer Superkleber. Scheiße, ey. Billi hat gewählt doch mir ja schon. Da ist er. Da lieg ich da. So, was haben wir hier? Ach, schon wieder die Schwester Red. Das hatten wir doch schon. Das ist doch gerade nochmal versucht. Ja, ich kann in der Power-Rüstung nicht schlafen. Das sagst du mir jetzt. Machen wir das doch anders. So. Dann ist das so. Zack. Lass uns mal pennen. Fünf Stunden kommt geil. Oh, wir haben Januar. Es ist Winter, es ist kalt. So, rennen mit uns. So. Okay. Null Treffer. Gut. Ein Treffer. Kein Treffer. Sehr gut. So. Das ist so viel. Ach. Da kann ja eigentlich nichts drin sein. Ich habe, wie ich gesagt habe, gerade keine Lust, da zu warten. Aber komm. So, geht doch. Tail. Nix drin. Nix. Ey, guck dir mal an. Weißt du, die einfachen Dinge haben dann nix. Ach, leg mich am Arsch. Kein Bock. Guck auf den Scheiß. Da, leg mich. Kann mich mal. Gibt hier nix. Also das Passwort für an dem einen, was wir nicht finden. Hat er das eigentlich? Nö. Dann können nämlich alle gerade mal am Bobbis. Lecke. Scheißegal. Brauchen wir nicht. Ist nix. Keine Waffe. Nix. Nur scheiße. Commonwealth. So. So. So hält man sich unerwünschte Gäste auch vom Leib. Ja, ist alles kaputt. So. Was ist denn da hoch? Ist irgendwo eine Kasch? Ja, Kaschel. Bei meinem Glück werde ich jetzt da. Wollten wir hin. Die hatten wir noch nicht. Das andere gehen wir gleich hin. Erstmal da, was aussieht. Ein bisschen hier das. Das aussieht wie ein Bunker. So weit. Wir sehen es gleich. Wir werden es gleich wissen. Es steht so viel Blatt, gell? Fällt mir mal gerade so nebenbei auf. Zu viel wieder mit Kollegen unterwegs gewesen. Einsame Kapelle. Für den einsamen Wandersmann. Wie ich. Oh. Wilde Karottenblumen. Die nehmen wir natürlich. Unsere mittels handwerklichen Geschick. Anzubauen. Ja, ja. Was haben wir denn? Hallo. Nix. Wie schön. Du. Nix. Aua. Oh. Da war mal was. Da ist noch was. Sehr gut. Eine Bank zum Sitzen. Aber hier ist ein Bunker. Ah, okay. Gehen wir nochmal rein. Was der staatliche Bunker dazu sagt. Wo wir da rauskommen. Scheiße, was war das? Deine Mutter. Es ist nichts mehr. Das ist doch scheiße. Ja, hier war mal. Ach, die Splittergranate kann ich noch mitnehmen. Ist in deinen Händen eh besser aufgenommen. Gehen wir wieder weg. Was zum Teufel war das? Da ist noch jemand. Okay. Aber wie komme ich da hin? Keine Ahnung. Bin heute nicht so auf Entdeckertour. Vielleicht kann mir ja dann wieder irgendjemand sagen. Hey, du bist so blöd. Du hast da voll was vergessen. Und dann. Das war euer letzter Fehl. Was? Komm schon. Was kannt ihr denn hier? Ab und drücken. Ohne hin. Okay. Zwei auf einem Streich. Siehst du mal. Wie das hier so abgeht. Denkt mal nichts Böses. Und zack, hat man Leute erschossen. Da ist die Autobahn. Rotoroute. Okay. Und da soll ich so anscheinend einiges machen. Mit meiner halb kaputten Rüstung. Oder ziemlich kaputten Rüstung. Sagen wir ziemlich kaputt. Das trifft es doch eh. Aua. Ich. Komm schon her, du Wichser. Oh, okay. Legendärer. Legendärer Raider. Der gleich hier rummutiert. Das wenn man anständig zählen, du Anfänger. Solange mich nicht entdeckt, ist mir der Rest egal. Schießt in den Hintern. Tja, ich habe gar nichts gemacht, Piper. Ich habe da nur gestanden und die waren zu blöd. Oha. Splitter Granate und Steampack. Das nehmen wir natürlich mit. Wo ist der andere? Der andere liegt im Baum. So. Sonst nichts Besonderes. Okay. Hast du, das ist ein umgestützter Baum. Okay. So. Sunshine. Da ist was. Wo wir hin sollen. Wo sind sie hin? Und Schuss. Nein. Sehr schön. Schön schon mal die Rüstung kaputt gemacht. Scheiße. Caps. So. Right away. Kannst den Scheiß da loswerden. Ja. Sehr gut. Das ist noch besser. Wir werden immer besser. Ich stelle jetzt hier gerade mal alles mit. Was soll der hier drin? Die Kaffeetasse. Achso. Das ist das Keramik, was ich mitnehmen will. Ja. Ich brauche unbedingt Zeug schrottig. Zum Reparieren meiner Rüstung. Reparieren. Reparieren. Was war das? Was? Warum ist das denn so schlafen? Die Schlafen. Was haben wir die anderen jetzt hier? Was haben wir die anderen jetzt hier? Komm. Achso. Das sind die. Ah. Komm. 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 Schieß. Was machst du denn? Das dauert ewig. Das ist null. In die Eier. Nicht in meine. So. Warte mal. So. Waffen. Da bin ich sogar richtig. Sturm. So. Schrotpatrone. Das ist gut. Komm. Die nehmen wir mit den Baume auseinander. Ich kann nicht mehr rennen. Okay. Komm. Schmeißen wir gerade mal was weg. Äh. Ich mein Tal war richtig. Kleidung. Weg. Weg. Uff. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. den haben wir willst auch kämpfen ja so so diesen reparatursatz will ich halt hat und will ich natürlich auch ach der war nicht böse jetzt ist zu spät ja das war falsch kommst du denn hier blöde sau scheiß rust ist wo ist peter eigentlich so gerade mal wie sie russ die fehlt leck mich schon mal so dass wir es hier sehr gut gut paket niemals mit er kommt als verkaufen es ist sonst noch was hast du dich je gefragt entschuldige ganz schön stehe hier drin free the robots so da ist ein wilder ghoul wo ist die ist entschuldigung so da bin ich wieder und da kam gerade noch einer den hatte ich nicht erwartet batz rettet die wolle ok das habe ich eindeutig nicht verstanden da ist noch einer ok einrichtung verteidigungsanlage ja wenn das nur so einfach wäre gerne meine freunde braun eigentlich erstmal strom shit wird das ding ist schon eingebaut ja habe ich gott jetzt was gute frage nächste frage so sehr gut jetzt haben wir noch so ein scheiß ding ups mach mal gerade ein bisschen aufräumen dreck siedlungs zeug braucht nämlich kein mensch auch nur die betten es gibt hier kein einzelzimmer haben ja ganz große probleme mit alles her damit hätte mit ich kann noch mal runter gehen ich möchte schauen dass die möbel bekommen und zwar betten und keiner beschweren einmal zweimal so die braunen verteidigung noch haben sie gesagt mama hier hinkriegen schön oder hierfür ein schweres mg stellen wir einfach mal hier hin da gibt es noch dass sie das können wir nicht abbauen schade drecks sich noch mal ein möbel bauen einzig und allein um halt hier auch noch mal betten drin zu haben hierhin hierhin so ihr braucht essen 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 wo war das essen wasser wasser kriege ich nicht gern wasser wird schwierig wasser kann nur auf erde platziert werden und das ist keine erde oder was was ist das hier kann mir das jemand erklären das scheint keine erde zu sein ok auf jeden fall da kriegen sie eine schöne stadthalle keine ahnung was das war habe es nicht gelesen ist mir auch egal so jetzt gibt es mal alles her ich würde sagen dankeschön fürs zuschauen das war's für die folge wir bauen hier noch im hintergrund ein bisschen gerade dezent weiter um den ein oder anderen die möglichkeit zu geben noch ein bisschen was essens mäßig anzupflanzen ich bin aber mal gespannt was hier noch alles auf uns zukommt weil irgendwie ach so ist noch nicht viel möglich aber macht ja nichts ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen hoffe wir sehen uns beim nächsten mal und bis dahin macht's gut und tschau tschau